Ich werde da jetzt gerne drüber reden. Ich habe auch etwas dazu schon gefunden. Ich weiß nicht, ob das in dem Video, was wir uns gleich angucken werden, auch drin ist. Aber ich gehe mal davon aus, weil in der Regel bin ich nicht der Schnellste, was sowas angeht. Unsere Community ist schnell. Unsere Community ist echt schnell, was Informationsbeschaffung angeht. Und wir haben sehr oft Infos sehr früh. Egal, ob das Glitches, Bugs, Tricks, Tipps, keine Ahnung was sind. Aber wir sind nicht immer die Ersten. Und das ist ja auch vollkommen okay und vollkommen normal so. Jetzt ist nur die Frage, wo hatte ich das gefunden, was ich gefunden habe? Okay, ich habe keine Ahnung. Wir werden uns einfach das Video angucken. Also, es gibt anscheinend Dinge in Motorfest, die darauf hinweisen, um nicht zu sagen, schon fest versprechen, dass es eine neue Playlist geben wird. Und die Community vom guten Sid, Sid wasch, für die, die es nicht wissen, englischer YouTuber, hat das entdeckt und er hat es hochgeladen. Wir gucken uns das einfach mal zusammen an. Okay, ich habe mal reingeguckt, aber ich habe es mir noch nicht komplett angeguckt. Aber wir gucken jetzt mal zusammen rein, was Sid und seine Leute da entdeckt haben. Einverstanden? Also, wir gucken einfach mal rein. Genau sowas habe ich auch gefunden. Das, so einen weißen Kanister. Ach, Paragliver, ja. Also, ein neuer Playlist-Container, den wir noch nicht kennen. Der einfach noch keine Playlist beinhaltet. Können wir mal gucken, wo das ist? Würde er wahrscheinlich gleich zeigen. Die unerreleased Playlist. Ah! Ich habe zwar schon ein Bild gesehen, aber wir können es uns angucken, weil ich weiß, wo das ist. Ich teleportiere mich mal gerade hin. Also, das, was Sid da zeigt, ist ja hier die Waikiki-Shell. Wie Toasty schon so schön schreibt. Und da war ein Bild zu sehen, ne? Ist das hier hinten drauf? Tatsache, da ist es. Das soll also die neue Playlist sein. Dann gucken wir uns das doch jetzt direkt mal an. Da! High Ride! Coming soon! Ja. Ich sehe ein Flugzeug und ich sehe einen Hubschrauber auf dem Bild. Könnte es sein, dass wir unseren Hubschrauber wieder kriegen in The Cremotor Fest? Das soll die neue Playlist sein. Okay, dann gucken wir erst mal weiter. Let me explain. In this most recent update in Motionfest, we of course got the Honegan update. And with that, a Honegan playlist. And a playlist comes with events. But I've got a very strong feeling that playlists like this one I'm driving past right now are gonna be coming a lot more frequently than we think. Zudem muss man sagen, was er ja gerade meinte, ist, dass er glaubt, dass Playlists öfter kommen, als wir dachten. Es wurde mal gesagt, dass Minimum eine Playlist pro Season dazukommt. Eine Season geht drei Monate. Das heißt, wir würden nur eine Playlist in drei Monaten kriegen. Aber da glaube ich auch tatsächlich nicht dran. Das denke ich nämlich auch. Well, not only that, but I need your help. See, it all started the other day when I was filming a video on the Hoonicorn's top speed at the airport at the top of the map. If you don't know, there's an airport top left-ish of the map. But when I went onto the map just to see what my mate was doing, I noticed something here. And this isn't the only new map change they've made. Because if you zoom into here, this is the start of a playlist. This actually claims to be the drift playlist, but that can't be the case. In fact, I'll show you why in a minute. When you come in here, you can see the stand where people normally are, is completely empty. You can see the balloons have no theme. You can see that the playlist crate has no textures. Kennt man das Bild? Hat das irgendwas zu sagen? Nein. Die Drift playlist startet unten in der Nähe der Stadt. Genau da. Ich liebe es hier. Das ist das geil. Was? Nein. Tatsache, er hat recht. Zieh euch das rein. Hier ist tatsächlich, wenn man rauszoomt, sieht man hier die Textur von dieser Driftschlange. Aber sobald man ein bisschen reinzoomt, na, na, zack, weg. Die haben das halt echt hier reinkopiert und man sieht es noch. Das ist ja ein Platzhalter, Pyron. Ja, ja, krass. Das ist ja ein Platzhalter, der, wenn ich euch erzähle, war es nicht hier bevor. In fact, wenn ich es finde, ist es ein Bild von dieser Driftschlange, bevor dieses Update. Das war nur in der Hoonigan-Update. Jetzt habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es nur eine Ein-Off-Thing. Gut Research, Emma. Ich? Ich muss das? Okay, ich muss helfen. Die Information in die Crews Discord server, die official Discord server. By the way, join my Discord server. Two separate people revealed two very interesting things to me. See, if I teleport to Scotto vs Scotto, the brand new Hoonigan event, it's all well and good. It's just a brand new event that we have. Aber was mehr interessant ist, wenn ich hierher komme und sehe, dass die ersten von drei unvergültigen Events starten, die nicht hier vorhin waren. Diese ganze Umgebung hat sich nicht mehr verletzt. Aber cool gemacht von Ubisoft, dass die das machen, weil das ist ja Absicht, dass die da Platzhalter reinsetzen. Das ist eine Playlist, bevor du es startest. Aber wie du siehst, natürlich habe ich keine Playlists, um zu starten. Also es kann keine Playliste sein, die bereits im Spiel sind. Und es endet da, weil dieser von Alone Ghostie, aber dann habe ich auch einen von Errathic veröffentlicht. Und dieser von neben der Staatskapitale, in der offiziellen Honolulu-Event. Toasty? Du hast das Ding geteilt? Die große Frage, die sich stellt, ist ja, Wann kriegen wir diese Playlist, ne? Aber er springt jetzt nicht einfach nur von jedem dieser Posts zu dem nächsten, oder? Naja, eher zehn, ne? Oh Gott, das stimmt. Ist ein Gedanke, ne? Also, ist ja ein interessanter Gedanke, dass man nur drei von den Events finden kann, weil die anderen auf der Insel sind, von der Playlist. Also, dass es wie bei der Honigin eine andere Insel ist. Ich hätte aber noch einen anderen Gedanken, und zwar, dass die irgendwann anfangen werden, kann ich mir... Also, ich weiß es nicht, diese Event-Startpunkte zu doppeln, wie in The Crew 2, weil denen die Map sonst einfach ausgeht. Stand jetzt wurden alle gefunden? Ach, krass. Okay, also, die haben die anderen noch erwischt. Interessant. Das ist jetzt das Ding. Ich wollte gerade sagen, er sagt gerade, die wurden ja alle viel zu früh hinzugefügt, diese Posts. Aber das glaube ich gar nicht, weil ich glaube nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt bis Februar, März warten auf die nächste Playlist. Ich glaube nicht, dass die jetzt nur alle drei Monate eine Playlist bringen. Das wäre einfach nicht genug. Also, ich glaube, da kommt mehr. Okay, stimmt. Sid hatte ja ein Interview mit den Devs und hat gefragt. Das war mit dem Devs und hat mir gesagt, dass sie eine Per-Update haben. Ich sagte, oh, so eine Per-Update haben. Sie sagte, no, Sid. Eine Per-Update. Das war mit den Devs und der Devs und der Game. So, das macht mich denken, dass, ja, okay, das ist die nächste Playlist drei Monate weg. Aber Hoonigan war nicht in den Spiel. Die ones die sind auf der Official-Seite, nicht auf der neuen-Seite, der Hoonigan-Seite. Die Events, die auf Honolulu sind, waren nicht in den Spiel bevor der Update. Und warum haben sie sie drei Monate früher? Richtig, das denke ich nämlich auch. Warum sollten sie das vorher machen? Also, ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall vorher noch eine Playlist. Und das ist nicht die einzige Grund, nur das Zeitpunkt. Die andere große Grund, dass wir in den letzten 2, wir hatten das vorher. Wir hatten Events, die Start-Locations-2-Events, die, wo du in die, die, die waren, bevor sie aufgenommen wurden. Stimmt, das war wirklich so, ne? Aber was war das nochmal? Ja, und das lässt dann darauf schließen, dass wir es zu Season 2, äh, also hier, nicht Season, aber zu dem zweiten oder dritten Honig ein Ding kriegen. Stellt euch mal vor, einmal im Monat eine neue Playlist, das wäre ja so krank. Ich will immer noch das Nummernschild, was er hinten drin stehen hat. Ja, jetzt kommt er zu dem Poster, genau. Alter, dafür ist er wirklich ins Detail gegangen, ne? Da hat er sich wirklich Mühe damit gemacht. Nicht schlecht, immer. Nicht schlecht, immer. Nein, das machen die nicht. Nein, das machen die nicht. Also er vermutet ja gerade, dass sie vielleicht doch einfach wirklich drei Monate vorher teasern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Problem, was ich sehe, ist, also entweder sie bringen es jetzt wirklich so rein, dass das die Playlist ist für in drei Monaten und wir wissen jetzt schon, wo die Rennen sind und und und. Oder wir haben ein anderes Problem, weil wenn sie jeden Monat eine Playlist bringen, ich mache mal gerade meine Map auf, ja, hier. Nehmen wir an, jeden Monat eine neue Playlist. Stellt euch mal vor, wie die Map in einem Jahr aussieht, wenn nochmal zwölf Playlists drin wären. Sie ist nichts mehr, kein Land mehr auf der Map. Also das, ja, schwierig. Mal davon abgesehen, die ganzen Themen, die ganzen Videos und so weiter zu machen, könnte schon sein, dass es bei einmal alle drei Monate bleibt, ne? Warum Filter? Ja gut, stimmt, ne? Wir haben ja jetzt die Filterfunktion hier. Wir können ja jetzt sagen, okay, ich will jetzt bitte nichts mehr sehen. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Also einerseits drei Monate eine Playlist ist zu wenig, andererseits jeden Monat eine Playlist könnte sein, dass es auch für manche wieder deutlich zu viel wird. This right here is the next Playlist with High Ride, a Rick Martinez film, made up name, by the way, I did check. It's very, very driver San Francisco coded, I suppose. And coming soon, three months away isn't soon? Da stimme ich ihm allerdings zu. Also das ist ja schon crazy gemacht, ne? Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Ja, es ist schwierig. Ja, es ist eine passende Beschreibung, ja, es ist einfach zu wenig für drei Monate. Und dann in Honolulu, die Playlist startet all the way at the top of the map and one event is on the far right side of the map. This Playlist all over the place. Ja gut, das ist ja jetzt das, ne? Das ist ja schon geklärt. Thorsten sagt ja schon, die haben alle Events gefunden. Also, gerne mal bei Sid auf jeden Fall, äh, rein, reinschauen und ein Abo dalassen. Ich werde das auf jeden Fall, wenn ich das hier auf YouTube lade, äh, reinposten. Ist aber ganz interessant, wenn wir hier auf die Map gucken. Also wir haben ja wirklich hier diesen Container, der von der Drift Playlist kopiert ist. Und laut Toasty zumindest, ich gucke jetzt nicht alle nach, haben wir ja auch alle acht hier Rennstarts, ne? Also ich meine, einen hatte er, glaube ich, gesagt, war von einem neuen Event. War das das Race Kana oder so? Wo hatte er das gezeigt? Ist ja hier. Ach, guck mal, da ist er. Ne? Also, Tatsache. Direkt hier neben dem Aulinae Resort haben wir tatsächlich so ein ungenutztes Event. Ja, da könnt ihr mir, also am Arsch. Warum sollten die das jetzt einfügen, wenn in drei Monaten beim nächsten Update die nächste Playlist kommt und wir da eh ein Update laden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube tatsächlich, das kommt vorher. Ansonsten hätten die vielleicht das Poster eingebaut und vielleicht auch schon den hier Playlist-Start, aber nicht alle einzelnen Event-Starts. Das hätten die nicht gemacht, wenn es dazu ein eigenes Update geben würde. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also nein, da kommt auf jeden Fall vorher was. Glaube ich einfach nicht dran. Also das wird nicht drei Monate dauern. Wir kriegen, und das call ich jetzt einfach aus, ich schließe mich da Sids Meinung einfach an, wir kriegen auf jeden Fall vor den drei Monaten eine neue Playlist. Aber Props gehen raus, haben die Leute gut rausgefunden. Also dafür muss man schon echt ein gutes Auge haben. Gut, ich meine, wenn man natürlich das Ding hier findet, dann kommt man auf den Gedanken. Aber so die Sachen wie das Poster von der Playlist, dieses High-Ride, das hätte ich im Leben nicht gefunden. Also wenn man sowas findet, kommt man da schon drauf, aber interessant. Also entweder High-Ride ist Season 3. Wenn dem so ist, erwarte ich aber noch eine Hunigen-Playlist, sage ich wie es ist. Also nehmen wir mal an, das hat einfach nichts miteinander zu tun. Ja, wir haben hier diese High-Ride-Playlist und das Coming Soon. Aber das ist vielleicht wirklich für Season 3. Dann glaube ich aber trotzdem, dass noch eine Playlist kommt. Und dann ist es vielleicht, sagen wir mal, eine Gedenk-Playlist an Kernblock oder sowas, die wir vielleicht noch bekommen werden. Ja, also jetzt stellt euch einfach mal vor, das hier wird eine Gedenk-Playlist an Kernblock. Die Events sind alle drin und sie haben das High-Ride vielleicht einfach nur reingepackt für Season 3. Wisst ihr, was ich meine? Also vielleicht ist das hier gar nicht für die High-Ride-Playlist. Vielleicht kommt die High-Ride wirklich erst zu Season 3. Aber in diesem Hunigen-Bereich, also in den nächsten drei, zwei, zweieinhalb Monaten, kommt trotzdem noch eine Playlist. Weil das hier, ganz ehrlich, haben die nicht reingebracht mit den ganzen Events, nur um in drei Monaten eine Playlist damit zu veröffentlichen. Das macht einfach keinen Sinn. Andererseits, vielleicht wollen die auch nur, dass wir Spinner uns hier stundenlang damit beschäftigen und Gedanken drüber machen und im Endeffekt kommt da nichts bei rum. Also ich würde einfach sagen, wir kriegen vielleicht eine zweite Hunigen-Playlist. Mein Call, vielleicht sowas in Gedenken an Kernblock. Okay, wait, aber das wäre doch zu krass. Also am 3.1. ist der Todestag von Kernblock. Real shit? Also wenn am 3.1. der Todestag von Kernblock ist, da endet der erste Monat, würde bedeuten, es wäre valid möglich, dass am Todestag von Kernblock am 3.1. eine Kernblock-Playlist kommt? Ich muss das googeln. Ich muss sicher gehen. Ich weiß, wenn das jemand in den Chat schreibt, vertraue ich da drauf. Aber nicht euer Ernst. 2. Januar ist Kernblock gestorben. Das heißt, es ist wirklich zeitlich, wäre es durchaus möglich, am 3.1. so eine Gedenk-Playlist. Aber wäre es schon auch hart, oder? Also das ist schon ein krasser Guess, ne? So, der wäre schon heftig. Also dann würden wir in zwei Wochen eine Playlist zu Kernblock kriegen. Das wäre krass. Aber ich kann es, also, das ist doch, das ist zu hart, oder? Boah, aber es ist ein harter Gedanke. Muss man mal, Props geht raus, cooler Gedanke auf jeden Fall. Wir werden es sehen. 2. Januar, 23. ist Kernblock gestorben. Vielleicht kriegen wir am 3. Januar, also am Tag danach, 24 eine Playlist zu ihm. Ja, oder es ist halt nichts und es wird einfach nur eine neue Season in drei Monaten kommen.